Hallo! Also... Ich wüsste ja nicht, dass ich schon im Fernsehen bin. Aber ich, äh... Hallo! Nochmal! Ich bin, äh... Paul! Triple H! Paul! Ja, genau der Paul! Den Sie noch nie gesehen haben. Also, ähm... Ich sitze hier, also Sie fragen sich wahrscheinlich, warum ich hier sitze. Eine lange Geschichte, muss ich sagen. Also, ich weiß, dass Sie bei den Herren mich gerade im Fernsehen sehen. Aber, merken Sie sich eins. Ich werde nicht aufgeben! Niemals aufgeben! Niemals... Kapitulieren! Also, genau das wollte ich sagen. Nur, schon mal so zu Anfang. Damit Sie ein kleines Vorgeschmack darauf bekommen, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Und, äh... Naja, also, ich sitze hier, weil... Ich kam als Kind auf die Welt und dann und dann und dann... Also, naja, es passiert ja nichts Spannendes. Und irgendwann saß ich dann hier. Ohne es zu wissen. Und, äh, ja... Danke! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, heito! Heito, okay, da unten ist eine Spinne! Eine Spinne! Oh, ich muss fluchten, ich muss fluchten Weg mit dem Zeug! fo poison、 die ist an mir! Das ist mein Zwillingsbruder. Er macht öfter so eine Scheiße. Aber jetzt, eigentlich im Fernsehen, sollte er es nicht tun. Habe ich ihm ausdrücklich gesagt, dass er es lassen soll. Und, naja, er tut es trotzdem, wie Sie sehen. Also nicht gut erzogen. Also, naja, meine Eltern haben ein bisschen Scheiße gebaut. Ah, die Spinne, sie ist immer noch da! Oh mein Gott!